Hallo, mein Name ist Alexander. Ich bin neuer Partner der Softmozart Academy. Meine Aufgabe ist es, Informationen über diesen neuen Ansatz zur Vermittlung musikalischer Grundbildung zu vermitteln. Aktuell gibt die Musikindustrie in gebrochener Form Auskunft über das Musiksystem. Infolgedessen gibt es in der Großhirnrinde von Anfängern keine vollständige Verbindung von Lauten, Zeichen und Dauer. In unseren Videos sprechen wir ausführlich über die Hauptursachen für Disharmonie beim Musiklernen, die leicht korrigiert werden kann.